hallo stefan hallo michael kannst du dich noch an den klinikjob erinnern du meinst weil wir immer sagten das ist die vorhölle genau und es hat gestimmt richtig jetzt sind wir kassenärzte lasst fahren alle hoffnung ihr die ihr eintrittet oleg der alte dante aber recht hatte er du ich muss meine patienten